das war mal wieder das ende noch nicht anfassen noch nicht anfassen ich muss das aufnehmen nur angelötet hat er was nicht gemacht also hat es doch der muss das doch abgeschirmt sein das ist doch so diese klicktechnik ja diese klickstecker waren angelötet aber die mittelsäle aber nicht die mittelsäle ist ja für sich allein so die hat und er auch nicht mit diese klick technik ja 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 dann habe ich gesagt das ist der größte murks wollte mir auch nicht eine grobe trennung da ist nicht mehr mit ebay glück gehabt dass keiner hier gelaufen ist nur die flügel verscheuert nur die flügel das andere ist klar aber die flügel so würde ich sagen kannst du noch mal verwehr ist noch was brauchbares bei das ersatzflügel was glaubst die andere damit umher sorgen die machen ihre dinge total kaputt ja die merken noch mal reparieren was ist aber ein paar zusammen ich brauchte den scheiß nicht mehr nicht weil jetzt nur aus die flügel so ja nur die flügel zusammen nur flügel zusammen und oben hast du dann irgendwie so dix drauf da wohl akkuren ball ist oder was du brauchst du gar nicht und das ging so schön jetzt hätte ich mal den anderen empfänger eingebaut hätten wir vorher verkauft ja vorher verkauft und nicht erst video aber es ist so willst du verkaufen ist das ist am arsch jedes mal das ist immer so aber kannst du nichts machen schießen darf es nicht was er da genommen hat hier von den links die alu rohre ja guck mal hier voll voll geplättet aber ich denk mal die die ist so voll aufgeschlagen ja ja muss jetzt mal gucken habt ihr habt der motor nicht dass die wer laune einen weg hat wie meiner hier hört sich dann auch so an jetzt kommst du noch das kleine teil hin ne genau es ist eh samstag abgefallen wieder da siehst du es ist samstag er hat doch zwei antennen normalerweise sind aber waren aber beide abgerissen ach so so was mache ich jetzt muss ich versuchen das abzulöten und die dinge ab